Brim, 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 brim. Ganz, ganz kurz, ich hab's leider wieder verkackt. Ja, es geht um wieder mal mein Mikrofon. Ich war eigentlich mega stolz, ich hab alles ein bisschen umgebaut, hab dann nur kurz in der Wohnung vorher getestet und da war alles safe. Aber als ich dann natürlich total emotionsvoll in mein Mikrofon beim Fahren gebrüllt hab, ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, ja, irgendwie hat das ganze Ding ziemlich übersteuert und allgemein war die Qualität dann doch nicht so gut, wie ich eigentlich gedacht habe. Ich dachte wirklich gerade bei dem Vlog, konnte ich jetzt ein bisschen überzeugen mit der Audioqualität von meinem Mikrofon aus dem Helm raus, aber es ist alles ein bisschen nach hinten losgegangen. Ich will nicht gerade groß lang rumreden, ich will euch bloß schon mal warnen, ich weiß, der Ton ist echt ein bisschen schlecht diesmal, aber das wird sich jetzt echt in Zukunft wirklich bessern. Ich bin dran, viele Grüße gehen raus an 948cubic, der hat mir gerade über Instagram geholfen, wie ich das Ganze wieder fixen kann beziehungsweise der die Autospur wenigstens ein bisschen besser anhören lassen, sodass es wenigstens nicht mehr so arg wehtut im Ohr. Ich hoffe, ihr enjoyt trotzdem den Motovlog und los geht's. Servus Leute, was geht ab und willkommen zum weiteren Video von mir. Wie ihr seht, wir sind natürlich nicht in Hamburg, dafür ist es hier viel zu kurvig und viel zu bergig. Wir sind in Österreich zusammen mit Annika und Sören. Die fahren gerade hinter mir, sehe auch gerade, dass hier ein ganz schöner, richtig schöner Motorradpark was ist. Und wir fahren jetzt hier einen schönen Pass, ich hoffe mal, der ist schön. Wir fahren uns hier schon einige Zeit und wissen nicht so recht, wo oben und unten ist und wo es die geile Strecken gibt. Und wir haben jetzt ein bisschen was gefunden, ich glaube, wir sind richtig und genießen die ersten Kurven. Wir sind jetzt hier, wir waren es davor, in Österreich unterwegs. Ich habe meine Platzreibe gemacht. Ich weiß, die eine Arme würde wahrscheinlich interessieren. Das ist ja dann nochmal komplett was anderes als der Bevorwärtssport. Aber ich muss sagen, ich war auch ein sehr langer Fußballspieler und ich muss sagen, dass mir eigentlich Golfspielen viel, viel mehr Spaß gemacht hat. Nur zum Golf kommt man natürlich nicht einfach so. Alter, die ist ja so nice, die Kurve. Geil. Das bin ich schon gar nicht mehr gewöhnt, auf der Straße solche Kurven zu haben. Und ich sage es nur, weil viele, also ein paar haben auch geschrieben, oh, was willst du jetzt mit Golfen und so und irgendwas von Geringverdienern hin und her. Aber ich sage, das macht einfach auch Spaß. Ich finde, man muss einfach immer viel ausprobieren. Ich würde zum Beispiel auch gerne mal Tennis ausprobieren. Man muss ja nicht immer so, ich sage jetzt mal, zu Fußball, das ist nur noch fruchtendig machen. Und daher, ja, das nur zum Thema Celebrity Golf Camp, auch wenn ich mich selber nicht als Celebrity bezeichne, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt misst es zwar, das wäre eine richtig geile Kurve gewesen. Jetzt haben wir hier natürlich so einen Roller vor uns, den versuchen wir gleich mal zu überholen. Ja, alle geilen, alle. Es ist immer ganz wild, wenn du quasi Supermoto und Supersportler hast. Das ist ja dennoch immer eigentlich immer nicht so ausgeglichen, aber bei so Passstraßen passt es eigentlich immer ganz gut. Du fährst mit der Supermoto einfach immer so ein bisschen ein anderes Tempo als mit der Supersportler. Ich habe ja den, das ist mir auch so voll auffallen, das dachte ich, das musste ich unbedingt sagen. Ich habe ja hier meinen neuen, äh, meinen neuen Sitz drauf. Ah, mein Mikro fliegt mir ein bisschen in den Mund rein. Alter, die Kurven, da muss man ja auch erstmal sagen, die Kurven sind so eng. Ich habe den neuen Sitz drauf und ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das, aber ich rutsche da richtig stark drauf rum. Ist das, also geht das wieder, wird das irgendwann, ja, wird das irgendwann besser? Ich weiß es nicht. Ich hatte noch nie so ein, so ein, was ist das, äh, Alcantara-Art, äh, Alcantara-Sitz. Ähm, und bin überrascht, wie sehr man da drauf rutscht. Da war ich jetzt am Anfang ein bisschen enttäuscht, als ich jetzt so meine ersten richtigen Runden gedreht habe. Ah, geil, Jungs, ey, Kurven, das macht einfach Spaß. So. Also, die sich ja hier, Applaus-Kurven. Oh, die Jungs hatten bei Rissen. Och, geil, ey. Und da kommen wir nicht mehr rum, nur um die Gefahr zu schnell zu fahren, als ich so eher Kurven sind. Jetzt muss ich halt kurz gucken, ob ich mein Mikro, mein Mikro, das hängt mir irgendwie ein bisschen in den Mund. Die Aussicht, die Berge, die Landschaft, ich muss sagen, ich vermisse es, auch wenn ich früher, wo ich früher gewonnen habe in Nürnberg, jetzt auch nicht unbedingt so krasse Berge und so krasse Aussicht hatte. Ich weiß aber doch definitiv besser als Hamburg. Kleines Fazit von Hamburg, ich finde es immer noch geil, aber ich war wirklich überrascht nach wie vor, dass es doch so kacke ist zum Motorradfahren. War mir vorher wirklich nicht so bewusst. Werden viele lachen. Ich wusste natürlich, dass es nicht so geil ist, wie ich das kannte. Ich war wahrscheinlich auch ein bisschen zu verwöhnt. Aber dass es dann doch so wenige Kurven gibt in Hamburg und so wenige Strecken allgemein zu fahren, hat mich, muss ich zugestehen, echt ein bisschen überrascht. So, wir haben jetzt hier noch schnell ein paar Fotos gemacht und Reels. Ich habe ja die dicke Cam dabei, das ist immer ganz geil, eigentlich mit der großen Kamera Bilder zu machen. Ich kann euch das mal kurz mal einblenden. und natürlich die ganzen anderen Videos seht ihr auf meinem Instagram-Kanal, der unten verlinkt ist. So, jetzt hier ist es auch mal von nah. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren vom Look, aber irgendwie hatte ich mir das ein bisschen rauer vorgestellt und ein bisschen rutschfester. Los geht's! Ich war wirklich hart am überlegen, ob wir, welches Motorrad ich quasi mitnehmen, weil der ja gesagt hat, ja komm, wir fahren Pässe und so wird ganz geil. Und ich war echt hart am überlegen, ob ich jetzt quasi die 450er einpacken soll, die Supermoto quasi, oder eben die Supersportler. Ich sitze ja, die anderen sind jetzt gerade mit der Supermoto am Start. Ich bin mit der Supersportler am Start. Ich bin mir immer nicht sicher, was mir jetzt gerade mehr Spaß machen würde, ob ich jetzt lieber mit der Supermoto unterwegs habe. Ja, das ist richtig geil. Und wir hatten nämlich gerade auch Passagen, wo es einfach nur ein bisschen länger gerade ausging, beziehungsweise man eben ein bisschen schneller gefahren ist. Ich glaube, da ist Supermoto auch ein bisschen nerviger, aber ihr kennt ja wahrscheinlich alle, oder beziehungsweise die Supermoto-Fahrer. Da ist es ja wirklich schon so, wenn du irgendwie um die 100 rumfährst, das ist eigentlich schon der Wind, die schon stresst und du eigentlich gar nicht so problem hast. Deswegen sind eigentlich so richtige Passstraßen für Supermoto perfekt und Supersportler dann eigentlich eher so ein bisschen schon fast zu eng. Ihr habt ja vorhin gesehen. Das ist schon echt ungewohnt, so einen Knick zu machen. So. Endlich wieder ein bisschen frei fass hier. Ich bin auch immer wieder begeistert, was ich denn eigentlich alles mit meinem ersten Gang hier machen kann. Der erste Gang ist so, so lang übersetzt, dass du wirklich eigentlich, also wenn du jetzt nicht schneller als 80 fährst oder so, den zweiten Pass nicht brauchst. Weil ich glaube, das habe ich auch schon sehr oft unter meinen Videos gesehen, wieso ich denn so viel im ersten Gang fahre. Aber wenn ich mal so eine Honda fahre, die ist ja wegen der Homologisierung, Homologisierung, ich hätte es dir ausgesprochen, ist die ja so lange übersetzt, dass die quasi auf der Rennstrecke brauche ich nicht mal den vierten und den fünften oder den fünften und den sechsten. Also den vierten komme ich. Die Polizei. Also es fühlt sich für mich echt so komisch an, mich in die Kurven zu legen. Ich weiß nicht, wieso. Also wenn ich auf der Rennstrecke fahre, mache ich irgendwie so einen Scheiß, aber auf der Straße fühle ich mich einfach, ich muss mich einfach wieder aufwärmen. Ich merke das richtig. Früher habe ich da viel mehr einfach gemacht und so. Trotz, jetzt fahre ich glaube ich zu sehr mit Kopf, dass mich das fast sogar ein bisschen hindert. Und man fährt auch sehr gebracht. Das merke ich auch wieder. Aber ihr wisst ja, ich fahre also noch sehr, sehr wenig mittlerweile auf der Straße. Diese Aussicht. Da frage ich mich, ob sich eigentlich die Österreicher da eigentlich schon satt gesehen haben. Da können wir alle Österreicher, die hier vielleicht zuschauen, vielleicht sind es da ein paar, mir mal sagen, wie ist das für euch? Ist das heute noch was Besonderes? Oder sagt ihr, ja, keine Ahnung, in der Berge. Man kennt's. Also die Atmosphäre hier ist wirklich so nice. Hier ein kleines Bächchen. Ich hoffe mal, ihr könnt ihn aussuchen. Hört sich einfach so schön an. Ach, geil. Boah, ich weiß gar nicht, wie lange es her war, wo ich auf der Straße so lustigen Motorblock gedreht habe. Ach, das würde ein schönes Bild ergeben. War wirklich, glaube ich, mittlerweile echt lange her. Geil. Boah, das ist eine richtige Atmosphäre hier. Sören meint jetzt kurz, ich kann, wir tauschen jetzt kurz mal Bike, er will auch mal meine Fireblade fahren und ich würde sagen, ich schminke mich mal schnell auf die Supermoto und erzähle da noch ein bisschen was dazu. Ich habe ja vorhin noch darüber geredet, Supermoto oder Supersportler und jetzt kann ich mal den richtigen Vergleich ziehen. Aber ich weiß es nicht, wie viel jetzt noch Kurven kommen. Ich glaube, ein paar kommen noch, aber es wird nicht mehr zu viel sein. Von daher, let's go. Motomaster, wir haben Motomaster vorne hinten. Also Bremse ballert richtig. Das 21er Modell hat auch noch mal eine neue Bremse. Wir haben Quickshifter hoch runter. Das wird sich natürlich jetzt mal ungewöhnen, ein bisschen von einer Supersport. Tiefere Gänge fahren musst, aber das ist Bock. Uiuiui, das geht ja auch hier eng zu. Was ist das denn? Und dann kommt er fast nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, ist das ungewohnt. Hier jetzt umzusteigen Sören fährt jetzt meine Supersportler. Ist jetzt auch wieder echt interessant zu sehen, nicht zu sehen, beziehungsweise zu hören, wie diese jetzt so von außen anhört. Ich bin gespannt. Soll das hier noch mal ein paar Kurven kommen? Es ist wirklich so weird, auf einmal wieder, was ne Aussicht, auf einmal wieder so weit oben zu hocken. Ich fühle mich, als wenn ich gleich vorne rüberfliegen müsste, äh, würde. das Sound ist aber nice. Aber das ist so komisch, bei der Supermoto nicht kippeln zu müssen. Er sagt ja, rechts abbiegen, mein Navi. So, das ist aber geil. Supermoto ABF. Du kannst ja wirklich schnell anfangen und hier so ein bisschen so kleine Power Slides machen. Ja, also so, so enge Serpentinen sind natürlich zum Räubern für die Supermoto gemacht. Ich meine, das ist natürlich keine Frage. Äh, aber, da hatten wir es natürlich auch nicht so viele. Das waren jetzt vielleicht insgesamt heute an dem Tag, dass es, äh, fünf, sechs Stück gewesen sein. Ich glaube, es ist noch geiler als so eine Supermoto, wenn du die wirklich mal irgendwo in Italien oder so fährst, dann wo du wirklich nur Pässe hast. So, hier können wir noch ein bisschen... Ah, das haben wir aber schon gut gemacht, dass du trotzdem noch ABS hast und dieses leichte Blockieren beziehungsweise, äh, nee, eigentlich ist kein Blockieren, das ist falsch, aber dieses leichte, ähm, ja, wie nennt sich das? Das ist irgendwie eine Volkssprache für, äh, das kennen die Supermoto-Fahrer, die, äh, das Scattering, glaube ich, oder so, ich weiß es nicht mehr. Nee. Oh Gott. Aber es fühlt sich echt ein bisschen ungewohnt an, als ich einfach mal wieder auf eine Supermoto zu hocken. Dann bin ich gespannt, was Sören dann so ein Supersportler sagt. Schon witzig. Sören hier schön im Pulli und, äh, Modo-Cross-Hilm. Alter! Krass! Was? Also, ich hab's ja schon ein paar Mal gehört, aber das ist so krass, aber die Junge ist ja nur noch geil. Also, oh. Ja, ich würde sagen, ihr stellt mir einfach mal in die Kommentare, wie ist das Video gefallen? ein kleiner, schöner Modovlog aus den alten Zeiten, also wie von den alten Zeiten, ein bisschen in so einer schönen Atmosphäre. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt's mir in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zeus. OHO! Ich kommöl�. Wirston vom Hhf.